So Leute, keine Ahnung ob es der letzte Part ist oder nicht, auf wem wir sind wir in der Silberhöhle, nein im Silberberg, es ist ein ganzer Berg, es ist keine Höhle, es ist ein Berg. Ja, wir sind auf dem Weg zu dem ultimativen Mega Champ, wir sind auf dem Weg zu blau, ne zu rot, Entschuldigung, zu rot. Und mal gucken ob wir den guten Herrn finden, weil gegen den wollen wir halt natürlich auch noch kämpfen. Oh Leute, ich glaube es dauert nicht mehr lange bis wir ihn finden. Ich glaube wir sind bald bei ihm. So, hier haben wir noch einen Weg, oh da gehen wir später erst hin, hab ich mir überlegt. Wir surfen erstmal hier und gucken uns mal ein bisschen um. Was ist denn da oben? Tada, wir haben ja hier Whirlpool und Kaskade und alles am Start, also wir kommen überall hin. Oh, hier haben wir ein Item, hier haben wir Top Genesung, sehr schön. Und dann ist es auch sehr schön, kann immer gut gebrauchen in der Top Genesung. So, mehr gibt es hier gar nicht. Dann da runter wieder. Moment, da war aber doch irgendwo, Schutz wirkt nicht mehr, nein, schnell der Neue eingeschmissen. So, Moment, da unten ist auch noch eine, oh, da war was, cool. Hier war auch noch ein Weg, gucken wir mal was hier noch so ist. Ah, da ist nix mehr, okay. Und hier haben wir noch einen Weg, dann gehen wir doch zuerst mal. Was haben wir denn hier schönes? Hier haben wir noch ein Top Belieber, okay. Leute, ja, was soll ich sagen, machen wir uns auf zum ultimativen letzten Kampf. Ich werde auch jetzt nicht mehr spulen. Finger ist weg vom Spulbutton. So. La la la, la la, la, dam. Leute, seid ihr auch schon so aufgeregt? Ich bin echt gespannt, wie gut Blau ist oder Ash oder wie immer wir ihn nennen wollen. Ich würde sagen, wir starten mit Magma, weil ich glaube, Magma ist das schwächste, genau. Magma ist das schwächste Pokémon, deswegen beginnen wir mit Magma. Leute, seid ihr ready für den ultimativen letzten Kampf? Nochmal durchatmen, nochmal eine Cola holen, schnell eine Pizza in den Ofen schmeißen. So, ich lasse euch noch eine Minute Zeit. Komm, ich warte jetzt hier auf euch. Hol euch was zu trinken, kommt. Komm, geht schnell. Holt euch was, es passiert jetzt nix, ich warte auf euch. Eine Cola ist bestimmt was Gutes oder ein Wasser oder ein Bier. Holt euch ein Bier oder eine Pizza, kommt schon. Okay, seid ihr ready? Seid ihr ready? Habt ihr alles? Okay, Leute, auf geht's. Da ist er. Stellen wir uns neben ihn. Komm, wir sehen fast gleich aus. Hallo. Oh mein Gott. Er schweigt uns an. Der letzte Kampf, Leute. Der Kampf gegen Blau. Da ist er. Rot, sorry. Oh man, ich wechsle immer die Farben. Gegen Rot, genau. Rot. Oder Ash. Oh Gott. Er möchte kämpfen. Er möchte gegen uns kämpfen. Der ultimativ stärkste Trainer, den es gibt, möchte gegen uns kämpfen. Er schickt seinen Pikachu in den Kampf. Woa. Woa. Hahaha. What the fuck. Das packe ich nicht. Leute, ich nehme alles zurück. Von wegen, das könnte der letzte Part werden. Das könnte natürlich auch dauern. Ich glaube nicht, dass wir das packen. Oh Gott, Leute. Wir tauschen mal gegen Mogelbaum, weil... Vielleicht ist es gegen Mogelbaum dann doch besser. Alter Scheiße. Okay. Okay, Leute. Steinwurf. Donner. Ja, komm. Das macht mir doch nichts aus. Ich bin Stein. Hallo? Warum ist es effektiv? Vielleicht wäre Stein. Oh, 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 Mogelbaum. It's your turn, huh? Ich dachte, Stein wäre gegen Elektro sehr effektiv. Ist nicht so, aber Boden. Oh, wer konnte denn die Bodenattacke? Meganie, genau. Moment. Meganie konnte Erdbeben. Ganz kurz. Es wäre eh besser gewesen, Meganie gleich einzusetzen. Habe ich natürlich nicht mehr dran gedacht. Sorry, Leute. Donner ist gegen Meganie nicht sehr effektiv. Jawohl. Komm, das hältst du locker aus. Oh Gott, Meganie. Meganie? Oh, Volltreffer. Verdammt. Aber egal. Wir machen Erdbeben. Nein. Nein. Scheiße. Aber komm, das könnte reichen. Das ist sehr effektiv. Na? Pikachu? Ja. Pikachu ist down. Okay, sehr schön. Das erste Pokémon von Rot ist down. Oh Gott, was war denn das jetzt? So, das zweite Pokémon. Visa Floor. Okay. Oh, Level 77. Okay. Wir haben zwei Möglichkeiten. Drei Möglichkeiten. Visa Floor. Wir machen Magma. Ja, wir setzen Magma ein. Ich hoffe, er macht irgendeine... Oh, wenn er jetzt Erdbeben oder sowas macht, wäre scheiße. Oh, bitte... Okay, er lädt sich auf für den Hyperstrahl. Oder für den Solarstrahl. Wir machen... Äh... Flammenwurf. Okay, bitte töte ihn nicht. Das ist nicht sehr effektiv. Komm. Magma, das überlebst du. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. Sehr gut. Flammenwurf. Komm, brutzeln dieses Visa Floor nieder. Komm schon, komm schon. Ja, okay, die Hälfte auf jeden Fall schon mal down. Sehr gut. Sehr, sehr gut, Magma. Flammenwurf. Synthese. Okay, er heilt sich. Aber das ist egal. Wir können dann nachher nochmal einen Flammenwurf machen. Okay. Wie viel füllt denn das auf? Okay, nicht alles. Das ist schon mal sehr gut. Magma, den packen wir. Den packen wir, Leute. Irgendwie packen wir den. Ich bin optimistisch, dass wir das, wenn wir das clever angehen, vielleicht packen könnten. Okay. Okay, nochmal Flammenwurf. Ach, er heilt sich immer. Was soll denn das? Soll der Kampf ewig down oder was? Mann, 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 rot. Deine Taktik ist sehr lame. Immer zu erholen und so. Wie wär's mal mit nem Volltreffer, Magma? Komm, brutzeln dieses Visa Floor doch einfach nieder. Du, 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 du. Und nochmal Flammenwurf. Jawohl, down. Ja, das war ein Fehler, du, du rot. Das war natürlich jetzt ne blöde, ne blöde Taktik von dir. Gut, Leute. Visa Floor ist auch down und wir haben noch alle Pokémon beisammen. Sehr geil. Okay. Sehr gut, sehr gut. Oh, Megane Level 58 ist auch sehr gut. Okay, nächstes Pokémon wäre Psyjana. Okay, was könnte man gegen Psyjana machen? Was ist gegen Psyjo-Effektiv? Ähm, Käfer, ne? Ich hab kein Käfer. Aber wir können Dingens machen. Hier. Hm. Er kann Kopfnuss. Wir versuchen's mit Hypno. In der Hoffnung, er benutzt ne Psyjo-Attacke und es ist halt nicht effektiv dann. Okay. Es sollte eigentlich nicht effektiv sein, oder? Ja, okay, sehr gut. Komm, das hältst du locker aus. Jawohl. Sehr schön. Ich würde sagen, wir machen mal, wir machen Kopfnuss. Reflektor. Okay, das ist jetzt weniger gut. Aber trotzdem, greif an, Hypno. Auch wenn's wenig bringen sollte. Ja, okay, das war jetzt zu erwarten. Okay, wir überleben das Ganze aber. Kein Problem. Hm. Okay, 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 okay. Ey, 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 ey. Kein Volltreffer. Wow. Das war weniger cool. Okay, ich hoffe, das zieht ein bisschen was ab. Okay, das könnte ein langer Kampf werden. So, was hab ich denn hier noch am Start? Hypertrank. Komm. Für Hypno. Du, 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 du. Ach, wie geil. Jawollah. Wieder voll aufgefüllt. So, jetzt kannst du deine Hypnose-Scheiße da machen. Zolang es nicht sehr effektiv ist, ist es egal. So, ich hab ne, ne Idee. Ich würd' sagen, wir, wir heilen mal die anderen nochmal. Was hab ich noch so für Sachen hier? Warte mal. Äh. Top-Trank hab ich noch und toppe Leber hab ich noch. Okay, und ne Top-Genesung hab ich auch noch. Okay, dann nehmen wir Hypertrank. Für Mogelbaum. So, zack, zack. Psycho, kein Eise. Ja, das würd' mich jetzt nicht umbringen, denk ich. Von daher... Läuft es? Das läuft schon. So. Ähm. Was haben wir noch so am Start? Können wir noch heilen? Megani heile ich auch mal noch. Sehr schön. Okay. Oh, bitte überlebt das. Komm, Hypno. Du packst das. Du packst das. Komm, 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 komm. Ah, fuck. Okay, war ein Volltreffer. Da konntest du nix machen, Hypno. Das war ein Volltreffer. Okay, mit wem könnte ich denn mal gegen dieses Pokémon was ausrichten? Hm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es halt wirklich nicht. Ähm. Ich mach Garados. Weil ich hoff einfach mal... Okay. Wir machen einfach mal Hyperstrahl. Ich hoffe, überlebt es einfach. Bitte überlebt es. Komm, Garados. Du bist stark. Du bist stark. Du bist stark. Jawohl. Ich hoff, der Hyperstrahl, der hilft irgendwie ein bisschen was. Komm, der könnte doch einfach mal reinhauen jetzt. Jawohl. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Leider stirbst du jetzt weg. Das ist natürlich weniger gut. Wir machen einfach mal Lukia. Ja, Lukia. So. Mal gucken. Ich würde ihn gerne erstmal besiegen, bevor ich die anderen heile. Wir machen Luftstoß. Er will es überleben, denke ich. Komm. Ja, okay. Nicht erweckt. Ja, sehr schön. Okay. Psiana ist auch down. Ja. Auf jeden Fall. Oh, geil. Sehr geil. Okay. Mal gucken, was als nächstes kommt. Oh, Mogel war mal Level 60 erreicht. Sehr gut. So. Der nächste ist Turtog. Okay. Gegen Turtog können wir aber durchaus was ausrichten. Ich würde sagen, wir... Moment. Beutel. Ich habe noch eine Top-Genesung irgendwo. Äh, einen Top-Beleber, meine ich. Hier. Beleber für... Hypno. So. Okay. Hat Regen gemacht. Sehr schön. Dann können wir auch nochmal schnell... Beleber für Garados. Nee. Ich würde gerne den Beleber für Lukia behalten. So. Ich würde aber auch gerne wechseln zu... Äh, Meghanie. Oder? Hört sich clever an, oder? Ja. Denk schon. So. Oh, nein. Blizzard. Warum gerade Blizzard? Okay, das war jetzt... Das überlebt mir gar nicht, denke ich, nicht. Scheiße. Warum gerade Blizzard? Oh, überlebt. Oh, überlebt. Oh, wie gut. Äh, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Was mache ich jetzt? Äh. Hypertrank. Auf Meghanie. Okay, das ist eine blöde Idee, was ich hier gerade mache. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Der darf als erstes mal angreifen. Auch wenn ich jetzt eine Attacke mache, darf er als erstes angreifen. Das ist nicht sehr gut. Okay, er wird wahrscheinlich Blizzard benutzen. Also nehme ich mal jemanden, der ist gegen Blizzard nicht so... Äh, gar... Nee, keiner von denen. Jeder ist Blizzard ausgeliefert. Okay, Hypno. Mach mal Hypnose. Ach, kann Surfer, verdammt. Bitte überlebt es. Bitte überlebt es, Hypno. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. DART! Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Fuck, 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 fuck. Da, jetzt habe ich bloß auch Scheiß-Pokémon. Okay, Moment, wir machen... Wir machen... Beutel... Top-Beleber... Für... Für Hypno. Ja, okay, Garnier ist down. Komm schon, ich will, dass du Hypnose einsetzt gegen den. Jawohl, 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 dass sie pennt. Sehr gut. Warum kann der angreifen, wenn er schläft? Tut Whirlpool auch trotzdem noch angreifen, auch wenn er schläft? Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Äh, Garnier ist besiegt. Scheiße. Ich habe keinen Top-Beleber mehr. Ich habe schon einen normalen Beleber. Ja, okay. Beleber für Garnier. Bitte schlaf. Okay. Okay, Pokémon. Megarnier. Was? Ich kann nicht wechseln, wenn Whirlpool an ist. Oh, Leute. Okay, Psychokinese. Er ist aufgewacht. Ah, Gott. Okay, 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 okay. Aber hauptsache mal eine Psychokinese reingehauen. Es wird zwar nicht viel bringen, aber vielleicht ein bisschen schaden. Ah, okay, das war jetzt nicht wirklich toll. Okay. Hypnose nochmal. Komm. Überlebtes, überlebtes, überlebtes. Bitte. Bitte, 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 bitte. Komm schon, Hypno. Oh, Leute, was soll denn das? Volltreffer? Natürlich, Mann. Natürlich dann, wenn es nicht sehr gut ist für mich. Scheiße. Ja, Megarnier, sie darf nicht als erstes angreifen, das ist das Problem. Und er macht dann garantiert, äh, Dingens. Blizzard oder sowas. Komm, Rasierblatt, ja, das war so klar. Ach, es trifft nicht, sehr gut. Komm, mach mal hier Volltreffer oder so irgendwas. Das wäre voll gut jetzt. Was zur Hölle, nicht mehr? Oh, Gott, Leute. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Es ist scheißegal, wenig Einwechsel. Jedes Pokémon wird sterben wahrscheinlich. Oh, es ist scheiße. Okay, das dürfte ich überleben sogar. Das dürfte ich mal so locker überleben, würde ich sagen. Okay, Rasierblatt. Oh, mach doch mal einen Volltreffer und besiegst. Der wäre voll lieb. What? Geil! Damit habe ich gar nicht gerechnet, aber hey, ich habe es gesagt, es ist passiert. Geil, Leute. Der Part ist vorbei. Ich würde sagen, wir haben Turtok platt gemacht. Es sieht nicht all so schlecht aus. Ihr könnt mit ein bisschen Glück vielleicht das Ganze noch irgendwie rumreisen. Im nächsten Part dann gucken wir mal, ob wir das gebacken kriegen. Bleibt dabei, Leute. Es bleibt so scheiße spannend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.